Radar Computer? Ok, Raketen ausfahren. Gabriel, fang gar nicht erst an, dich für Stringfellow Rock zu interessieren. Die Sache hätte keine Zukunft für dich. Hey, was zum Teufel ist das? Das ist ein TU-36, Dodger. Hast du gesehen, dass er mit Raketen bestimmt ist? Wir haben 48 Stunden, um Airwolf zurückzubringen. Sonst schickt der Präsident die Marines. Ist doch schon den Schutz bereit? Fertig! 9,6 Sekunden nach Zündung der zusätzlichen Turbinen überschreitet Airwolf Mach 1 in einer Flughöhe von 65.000 km. Was ist denn das? Raketen abschießen. Raketen auf, Fall in 7 Sekunden. Zerstörer-Rakete abfeuern. Zerstörer-Rakete gestartet. Raketen auf, Fall in 3 Sekunden. In 2 Sekunden. Airwolf. Die mörderischste Kampfmaschine, die je erfunden wurde. In den Händen des skrupellosesten Mannes der Welt. Ich will sie haben. Erledigen Sie den amerikanischen Zerstörer. Er hat Airwolf entführt. Das ist ein amerikanischer Zerstörer. Schreik-Raketen abfeuern. Das sind Amerikaner. Raketen auf, Fall in 3 Sekunden. 3, 2, 1. Er soll Airwolf zurückbringen. Sie sind außer Moffat der einzige, der Airwolf geflogen hat. Nur Sie haben eine Chance, die Kiste zurückzubringen. Und Sie sitzen im Cockpit des schnellsten Actionfilms, den Sie je gesehen haben. Airwolf ist eine Kampfmaschine, die ihre Sinne in Stücke schießt. Airwolf. 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 Airwolf.